hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge warframe und ich habe immer noch den ragecopter im schlepptau ja was geht und wir müssen jetzt war unseren komischen feind ausfindig machen und ein negator herstellen und ein navi segment beschaffen und das machen wir jetzt auch direkt und zwar locker leicht ja alleine das navi segment let's go let's go was ist das für ein ekelhafter schiff ein grineer schiff ja der klassiker aus dem lüftungsschacht man kennt ihn ja könnte eine folge alien sein ja ich schalte mir noch meine wurfmüßchen um zerstören ja ja blablabla direkt in den mott waaat? ah warte, da liegt es gar nicht mehr so so dein spinnt auf ich habe ihn durchgezielt und auf die Tür geschaut kann man da nicht rein? naja, kann ich nicht rein Loot gib mir Loot so, war schon drin, ne? nein, weil das sind die Spiele noch zu bing bing hat oben noch raus, er wird bing also Leute, ich kann euch das Spiel auf jeden Fall nur empfehlen oh definitiv es macht jede Menge Spaß vor allem ist es mal eine Abwechslung zu den Counter Strike Returns und wenn man bedenkt, dass das Ganze nachher noch in Open World übergeht mit dem Movement und so weiter macht das schon Bock wir sind noch überhaupt nicht die Loot Goblins nein nein übrigens habe ich das Kubroi gegoogelt das ist ein Pad tatsächlich dafür brauchen wir aber den Inkubator und den müssen wir uns wohl irgendwie noch freischalten oder so ähm ist auf jeden Fall ein Rare Item haben wir ganz schön rein gelackt wie immer nix wie immer mein Name ist nicht Fax da stimmt nein nicht öffne den Spind mach genau für mich wunderschöner Spind gib mir deinen Loot lalalalalala da unten ist auch noch eine Tür oh hallo le boys so so schnell kann das gehen fertig gelootet joo da ist noch eine Kiste vergessen mhm aufstieg jawoll Ist schon weitergegangen? Oh ja. Jaaaa. Rubedo. Knotte. Oh, da drüben ist ein Spind. Mein Spind. Oh, da ist noch Loot. Nice. Was ist da noch was? Ja. Oh, die Loot Goblins und Tour, ja? Cool. Cool. Professioneller Loot Goblin am Werk. Nein, ich bin daneben gejumpft. Ja. Hoppala. Nachran müssen. Der Loot zum Alarm. Uff. Haben ihn gekillt. Ich muss nachranen. Was? Der Alarm ist an. Oh, was. Backe. 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 Da kann ich noch mal aufschalten. Bin auch gerade dran. Ab in. Okay, los. Hinter dir. Okay. Was? Wo? Von unten. Ich hab das Grund abholen. Ich hab das Grund abholen. Warte. Tenno. Koordinates in this NAV segment. Put the galleon on a direct course to a convoy of colonists. Ja. Jetzt haben wir... Jetzt haben wir... ... ... ... ... Was machen wir? Sind wir net oder sind wir nicht net? Genau. Das wollte ich gerade sagen, wenn ihr mal aufhört zu labern. Oh mein Gott. Mit in der Luft hängengeblieben. Aaaaah. Die Ascaris Failsafe ist attacking your systems. Your shield capacity has just been halved. You're wasting precious time, Tenno. Genau. Wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir uns entscheiden können. Helfen wir den Kolonisten und deaktivieren diese Galeone? Oder hauen wir einfach ab? Und ich denke, wir werden den Kolonisten einfach mal helfen. Weil wir sind soziale... Stoppen wir hier das Video. Ja? Was? Stoppt mal hier das Video und schreibt mal in die Kommentare, was ihr machen würdet. Würdet ihr den Kolonisten helfen? Oder nicht? Ja. Seid ihr Egoisten? Oder seid ihr hilfsbereite Menschen? Und was sind wir? Wir sind... ...eine Mischung aus beiden. Ähm. Schnauzeiter. Loot! Und was sind wir? Wir sind Loot Goblins. Wir sind Loot Goblins. Wir sind Loot Goblins. Hier ist noch eine Loot-Raum. Aber wir sind geschossen. Da macht's doch schon. Da? Was wäre, wenn man das stehen bleibt? Ja. 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 Also verpissen wir uns. Quasi. Oder helfen wir? Wir sind schon beim helfen. Oh. Wirklich? Ok. Ja. Da. Unten ist los. Unten ist los. You've reached the ships power systems. Destroy the reactor. Destroy the reactor. Ich mach das auf. Stopp. Meiner Seite können wir aber hin. Ja. Oh Gott, der ist explodiert. Da ist noch ein Loot-Raum. Dann gehen wir da rein. Es ist noch ein Gegner. Der hat Alarm gedrückt. Doors are locked. Time to break in. Ausgerocken. Override complete. Move on. Okay, let's go. Was? Wo? 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 Nix wie raus hier. Und zwar im Eiltempo. Jupp. Oh, ich brenne. Oh, holly molly. Tschüss. Oh, du hast kein Schild mehr. Bildschirm blinkt rot. Was ist da, Junge? Dort haben wir was vergessen. Zum Looten. Dort haben wir was Looten. Da war nur auch noch nichts. Oh, Gegner. Oh, da gibt's nichts. Okay. Was für eine Verraschung. Nice. Ich brenne. Da hat er nichts mehr weg. Okay. Raus aus der Mietenflage. Ja, sehr gut. Ja, als nächstes. Segment installieren. Ähm. Oh, ich habe das Segment noch nicht so schweres gehabt. Ernst habe ich es. Okay. Kann ich starten? Ja, kannst starten. Ja, das gelbe Ding übersieht noch so schlimm. Ich stelle dich, Käpt'n vor. Ich stelle mich dem Käpt'n vor, ja? Ja, ich stelle dich dem Käpt'n vor. Ja, so. Looskates. Okay, ich Polizei museln um das zu zerstören. he is vulnerable take him out take him out was uns wieder sachen kaputt machen und gegner töten was wir am besten können hier gibt es ganz vor da kommen gleich welche ich habe es übersehen wie geht das als schatzkoblin ich weiß nicht ich will gerade da redet doch noch wo lang war da ist ein spinn da ist ein spinn zwei Spinde schnell aufmachen ich hab den überlassen schon müssen wir das aktivieren? öööö was müssen wir tun? ach hier hacken ja dann hacken mal was passiert dann? oh da war's hallo? hallo? ach so ok wir sind da ist so lol ja die Missionen sind jedes mal zufällig gestaltet das hab ich nämlich beim ersten mal nicht schau mal auf den Gegner der ist im Boden ok dann ist er auch weg und jetzt noch so ein Zug ach so die müssen wir jetzt wieder auf die andere Seite hieven oder was? ja ich bin schon wieder am Loot Goblin sein ok 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 sie haben mich nicht kommen gesehen so nehmen wir mal an hier müssen wir das nee das geht nicht wie geht denn das? dann müssen wir einfach da so weiterlaufen das kann an ja sieht so aus ok wär aber lieber gefahren ich bin eine faule Schau ja wir hätten nur bis da her fahren können da ist schon wieder Ende im Gelände tak von hinten was ist das? was? eine Springbine war dann ja ich bin hinterher gefahren au was? los die sind da nein doch nicht da los oh mein Gott oh mein Gott der ist nun kommt was ist jetzt? blut ok ich glaube jetzt wechsel ich mal auf die Waffe hinter dir Gegner ja ah das ist der rote ist der Gegermeister weil er gar nicht teleportieren muss nicht aus dem Lucha rot? nein jetzt los Granaten oh doch jetzt los upp mal los Oh, Warp, easy! Exekutiert! Direkt, wir wollen noch Blut! Hat der Boss nichts getroppt denn? Normalerweise, er droppt ja doch was. Nein, ich hab gleich nichts bekommen, ich weiß nicht. Mir fährt schon wieder so eine Mine hinterher. Frick! Oh mein Gott, da gibt's Blut ohne Ende. Ja. Schön. Schmeckt das grüne Sampon. Und neue Rode. So. So. Okay, dann... Was? Katar, Alter. Was? Was ist das? Ja, der hat gesagt, deswegen was. Ich hab ihn zerrissen. Blut! Der ist ein Looter-Angegner. Und da kann man was drücken. Alarm zurücksetzen. Sehr gut. Wow, der schießt auf mich. Alarm reset. Und so hässlich diese Menschen. Ja, nein. Du hast den Alarm reset und hast ihn wieder eingeschultet. Boah. Egal. Egal. Schildtüb. Weg ist er. Ja. Ja, wul. Oh, das wird so weit runter. Oh, da gibt's nicht mehr. Oh, da gibt's nicht mehr. Wo bist du denn da? Nee, bei dir. Aber wie ist der Vorgang? Ja. Loot. Ganz viel Loot. Ja. Mhm. Loot ist irgendwann wichtig. Aaaaah. KW-Karte. Äh. Wollen wir da hin? Wollt grad zahlen. Oh! Ich hab euch so sein Konzert blöken. ouhh. Nix. wie. OOh! Ähm. Ähem. Sehe, ähm. Hehehá. Häh. Tarte des Daten. chords 시작 des furchtliten, für meisterschaftsrangtest 1 qualifiziert ja, man vorr's ascaris is gone you are free now but your work has just begun the origin system is in chaos and it needs you, tenno vorr was just a part of the grineer machine and we have seen that the corpus have begun amassing weapons of their own it is a dangerous time vorr's will gladly assist the operator in cutting up tenno, vast number of grineer walls are breaking ground near sea konzu request any assistance you can provide ok oh nice you had right, the threat of tenno is true we found one in the near of pluto but lotus knew that we were coming she opened the cryo camera before we could hand and sent another tenno another tenno die unseren angriff abwendeten sie sind entkommen wir arbeiten daran sie zu orten dieses tenno von der gruppe zu trennen sollte ihn zu einem einfachen ziel machen wir haben den warframe schwer beschädigt und gehen davon aus dass die rasche öffnung der cryo kammer schaden an dessen erinnerung angerichtet hat wir warten mit spannung auf die bestrafung die unser versagen uns einbrachte wow hast du sehr schön vorgelesen ja so das war's dann für diese folge ich glaube wenn es euch gefallen hat lasst uns gerne einen kommentar like oder abo da schaut auch beim anderen vorbei und wir sehen uns dann beim nächsten mal bis dann macht's gut ciao ciao Leute bis dann